Hallo liebe Community! Willkommen zum Kanal! AC Dean! Ja, AC haben wir mal so ausgesucht und Dean, D-E-E-M, D-E-E-M, ja. D-E steht nicht für Deutschland, nein. D-E steht für mein Name. Ja genau, sein Name fängt mit D und E an. Und E und M steht für mein Name. Mein Name fängt mit E und M an. Deswegen AC Dean! Wir hatten auch mal 2014 war das, ne? 2014 hatten wir einen Kanal. Und wie lange hatten wir noch Videos gemacht? 3 Monate? 3 Monate haben wir AC Dean von 2014 geführt und ja, nach 3 Monaten haben wir aufgehört, weil wir keine Lust mehr hatten. Dann habe ich mir einen Kanal erstellt. Einen normalen Kanal, wo ich Filmkritiken mache, das auch nur mir gehört. Ohne Didi. Er heißt Didi. Ich heiße nochmal EK. Und ja, auf dem Kanal mache ich ganz normale Filmkritiken. Dort mache ich eigentlich mal noch weiter. Aber ab und zu werde ich auch hier mit Didi hier auf AC Dean Videos machen. Und was erwarten euch? Und was für Videos erwarten uns? Was werden wir alles drehen? Zehn Fakten. Zehn kleine Fakten über uns? Ja genau, wir werden noch zehn Fakten über uns machen. Damit ihr wisst, was wir mögen, was wir sind. Was wir sind. Wir sind. Wir sind. Ehm, Frank. Ja genau, wir hatten auf AC Dean halt diese Person Frank. Der war total durchgeknallt und ja, seine Geschichte wird fortgesetzt auf AC Dean. AC Dean The Game. Hatten wir auch noch. Halt, ja, irgendjemand zockt auf der Xbox One, auf der PS4, auf dem PC, auf der PS3 oder auf der Xbox 360. AC Dean The Game. Euch erwarten viele Dinge. Also im Kopf haben wir erstmal AC Dean The Game. Frank. Zehn Fakten über uns. Äh. Naja, erstmal nicht. Werdet ihr dann noch sehen. Euch erwarten noch viele Überraschungen und wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Kanal. AC Dean. Ich bin so ein bisschen. Dann muss ich auch noch einmal sehen. So. Hallo, liebe. Nee. Hallo, community. Okay? Hallo, community. Okay? Hallo, community. Hallo, liebe community. Okay? Hallo, liebe community. Okay? Genau. Und so. Hallo, liebe community. Genau. Und so.